Das ist der Heimsee der Ebenen. Und ein bisschen weiter auf diese Straße, gar nicht mehr weit zu fahren, aber ist ein Herren, wie sagt man ein Herren, wo man sie kleiden kann? Ausstattung. Ausstattung, danke. Und ganz klein, aber der hat was ganz Einmaliges. Das ist der letzte Laden, wo man sich eine Perücke machen lassen kann. Ist das nicht schön? Weil hier links, hinter diesem Gebäude, sind die ganzen Anwälte. Dieses Dorf, wo Frau Cluny ihr Büro hat. Wir haben es von unten, vom Wasser kurz gesagt.